Hey Leute, ich freue mich jetzt ganz besonders, euch hier mal nochmal Nova mitbringen zu können. Das letzte Video ist zwar noch nicht lange her, aber Nova hat ein paar Changes bekommen und auch wenn die Changes vielleicht hier und da nur relativ klein waren, die Auswirkungen von ihnen sind doch schon nicht ohne. Also Nova ist ja allgemein einer meiner meistgespielten Frames und ein Frame, den ich auch selbst super cool finde. Macht mir auch Spaß zu spielen, super nützlich. Und ich kann euch, wie gesagt, Nova nur empfehlen. Und das Coole ist, Nova ist jetzt mit dem Change oder mit den Changes noch flexibler geworden. Man kann noch mehr Spielweisen mit ihr machen, man kann das Team noch mehr supporten und im Endeffekt können wir selbst auch noch mehr nuken. Angefangen vom Armor Rework damals, was die Gegner auf 90% Damage Reduce gecappt hat, jetzt über die neuen Changes, also Nova ist jetzt wirklich ein Traum. Und ich habe euch jetzt drei neue Builds mitgebracht. Das eine ist ein alter Shieldgate-Bild, nur jetzt angepasst. Und die anderen beiden Builds sind EHP-Tank-Builds. Aber bevor wir ins Detail mit den ganzen Builds gehen, möchte ich auf die meiner Meinung nach drei großen Changes eingehen, abgesehen von dem Armor Rework. Nummer 1. Wenn wir selbst mit Nova einen Gegner töten, der geslowed oder gespeedet ist, wird der Gegner entweder eine Gesundheitskugel oder eine Energie mit einer 15% Chance droppen, abhängig davon, ob er geslowed oder gespeedet ist. Das ist schon mal klasse. Weil das ist wirklich eine Art, wie wir sehr viele Gesundheits- oder Energiekugeln bekommen, solange wir Nova aktiv spielen. Der zweite große Change, das wirkt im ersten Moment gar nicht mal so groß. Aber die Antimaterie-Partikel, die Grundanzahl wurde auf 12 erhöht. Das bedeutet, wir brauchen eine deutlich niedrigere Dauer, um auf die 90% Schadensreduktion zu kommen. Was bedeutet, wenn wir mit einem hohen Dauer-Bild spielen, haben wir viel mehr Partikel, als wir bräuchten. Was bedeutet, wir haben konsistenter unsere 90% Damage Reduce. Und gleichzeitig, wenn wir nicht mit viel Dauer spielen würden, bräuchten wir weniger Dauer. Aber, da wir immer noch die Ulti spielen und hier eine große Reichweite haben wollen, haben wir immer noch viel Dauer drin. Wenn ich gerade schon mit der Ulti angefangen habe, können wir auch damit weitermachen. Weil das ist jetzt wirklich eine richtig, richtig, richtig geile Sache. Im Endeffekt, die Ulti, egal ob wir Slow oder Speed haben wollen, beide skaliert mit Stärke. Das bedeutet, es stört uns jetzt nicht mehr, wenn irgendjemand im Team noch einen Power-Donation dabei hat. Weil im Endeffekt, das Ganze sieht so aus, standardmäßig, halten wir gedrückt, speeden wir die Gegner, tippen wir die Taste an, slown wir die Gegner. Ich persönlich würde euch auch empfehlen, das Ganze zu invertieren. Für die, die es nicht wissen, Option, tippen, halten, umschalten. Und da kann man dann jetzt Nova zum Beispiel raussuchen und das Ganze invertieren. Das bedeutet, bei mir sieht es so aus, ich tippe die Taste an, die Gegner werden beschleunigt, ich halte die Taste gedrückt und die Gegner werden verlangsamt. Das bedeutet, wir können jetzt universelle Builds machen, die Slown wie auch speeden können. Wir müssen das nicht mehr extra anpassen. Natürlich kann man jetzt noch Spezial-Builds machen, bei denen das Ganze auf eins von beiden ausgelegt ist. Und da habe ich euch auch einen mitgebracht. Also im Endeffekt habe ich zwei EHP-Tank-Builds. Der eine ist mit der Kumei-Fähigkeit, der andere mit der Rhino-Fähigkeit. Und die sind beide hochoptional, das heißt, ihr könnt auch jede andere Helmen-Fähigkeit reinmachen. Aber gerade die Kumei-Fähigkeit fand ich an der Stelle wirklich spannend und auch witzig und ist auch einfach mal was anderes. Und wie gesagt, das funktioniert bei mir ganz gut. Der dritte Build ist jetzt ein Ulti-Nuke-Bild und bei dem habe ich immer noch Xarthas Flüstern drin und arbeite mit dem Raktadunkeldolch. Das Ganze ist ein Shield-Gate-Bild und ihr wisst ja, der Raktadunkeldolch, wenn wir damit Gegner treffen, die einen Strahlungseffekt haben, bekommen wir Schilde. Was bedeutet, damit halten wir unser Shield-Gate aktiv. Ich habe auch noch andere Builds versucht, bei denen ich zum Beispiel die Detron verwendet habe mit dem Augment, Shadkitak mit Augment oder Kuva Sobek mit Augment. Hat alles irgendwo funktioniert, aber abgesehen von der Kuva Sobek fand ich auch mehr oder minder alles unbrauchbar. Aber das ist Geschmackssache und könnt ihr für euch selbst versuchen. Und wenn ihr genügend Stärke in dem Build drin habt, funktioniert das auch. Ansonsten kann man auch noch ganz andere Builds machen. Kann ich euch gleich mal kurz einen Prototyp von so einem Build zeigen. Der ist dann darauf ausgelegt, dass ich über die Crandle-Fähigkeit gehe, damit mein Nullstern-Buffe in Kombination mit der Ulti mit Nullstern selbst Steep-Heft-Gegner theoretisch wegnuken kann. Wobei ich sagen muss, im Steep-Heft ist das Ganze so semi-geil. Es funktioniert, aber für mich persönlich ist es jetzt nicht gut genug, als dass ich das hier noch groß vorstellen möchte. Als nächstes gehen wir mal kurz auf die Scherben ein. Ich habe zweimal Aktivierungsgeschwindigkeit drin, ich habe einmal Fähigkeiten Stärke und einmal Fähigkeiten Dauer drin und dann noch eine violette Scherbe, mit dem ich so ein kleines Equilibrium habe. Weil theoretisch kann ich Gesundheitskugeln bekommen, ich kann Energiekugeln bekommen und es schadet ja nichts, wenn das Ganze auch das andere gibt. So, ich habe es ja schon erwähnt, Trakter Dunkeldolch ist eine gute Wahl. Ganze könnt ihr noch mit der Argonag kombinieren. Wenn ihr wollt, müsst ihr nicht. Aber das Ganze hat halt den Vorteil, dass wir mit der Argonag auch noch die gegnerische Rüstung reduzieren können. Wenn wir Arcana-Einfluss in unserer Nahkampfwaffe drin haben, dann wird das auf alle Gegner gespreadet, alle Gegner bekommen ihre Rüstung reduziert und das Ganze ist ein massiver Damage-Buff. Ihr müsst es aber nicht reinmachen. Als kleines Beispiel, ich habe jetzt hier mein Shieldgate-Bild, Xathas Flüstern drin und mit dem Rakter Dunkeldolch werde ich jetzt die ganzen Gegner wegnuken. Und ihr seht es, sobald Nahkampfeinfluss triggert, dass dann die Gegner einfach in die Luft gesprengt werden. Also jetzt. Also, ist doch schon ziemlich cool. Und wie gesagt, wir bekommen halt die ganze Zeit Schilde wiederhergestellt, weshalb das halt super stark ist. So, ihr könnt das auch mit jeder anderen Nahkampfwaffe machen, die Nahkampfeinfluss drin hat. Das Problem ist halt, nur der Rakter Dunkeldolch gibt uns so Schilde wieder. Was bedeutet, ihr solltet die anderen Spielweisen dann eher mit einem EHP-Tank-Bild machen, von denen ich euch ja auch zwei mitgebracht habe. Und ich habe es ja schon gesagt, das Ganze funktioniert auch ohne die Argonag und ich will es euch einfach nur einmal kurz gezeigt haben. Ich lasse jetzt sogar Xathas Flüstern weg. Also, ihr seht es, es funktioniert. Natürlich habe ich das jetzt ein bisschen vorweg gegriffen mit den Waffen, aber ich wollte euch nur von Anfang an gezeigt haben, dass es theoretisch egal ist, welche Helmenfähigkeit wir drin haben, ob wir die Argonag dabei haben. Das sind Sachen, die machen es einem leichter, aber ihr kommt auch ohne das Ganze klar. Das bedeutet, auch bei den Builds, die ich euch jetzt vorstelle, könnt ihr zum Beispiel über eine x-beliebige Waffe gehen, solltet ihr vielleicht dann ähnlich modden, wie das, was ich euch nachher zeigen werde. Aber das war jetzt einfach nur für euch so als Info, dass das funktioniert. Gut, für die, die es nicht wissen, die Kumi-Fähigkeit bewirkt, dass wir eine Chance haben, uns selbst zu healen, wenn wir Schaden bekommen sollten. Also anstelle von Schaden bekommen wir dann einen Heal. Und das Ganze ist halt ganz schön mit der 90-prozentigen Schadensreduktion, die wir durch Nullstern haben und je nachdem vielleicht mit gesloten oder gespeedeten Gegnern. Der Umrechnungsmodifikator von Damage zu Heilung ist 1,7. Das bedeutet, die 1,7-fache Menge, die wir als Schaden bekommen hätten, bekommen wir dann als Gesundheit. So, der Bild ist relativ simpel. Jetzt eine Projektion, damit die Gegner weniger Rüstung haben. Prime tritt sicher, damit wir nicht umgeschmissen werden können. Prime Kontinuität und engstirnig für die Dauer, genauso wie Konstitution. molekulare Spaltung ist jetzt hochoptional, aber im Endeffekt bewirkt es, dass wir, wenn wir Gegner töten, zwei Ladungen der 1 wiederbekommen, aber braucht ihr nicht unbedingt. Das Ganze ist Quality of Life, bedeutet, wir müssen theoretisch Nullstern so gut wie nie oder nie nachcasten, aber genauso gut könntet ihr mehr Stärke reinmachen, mehr Dauer reinmachen. Ihr könntet reinmachen, was ihr wollt. Also, ich wollte es jetzt nur mal gezeigt haben, dass ihr dann zum Beispiel über dieses Augment gehen könnt. Ansonsten habe ich da noch Prime Fluss drin, damit wir einen hohen Energiepool haben. Auch das ist optional. Aber wenn wir uns anschauen, dass die Ulti 100 Energie kostet und wir ansonsten nur 265 Energie hätten, ist halt sehr angenehm, aber auch das ist optional. Adaptation für vereinfachte, gesagte 90% Schadensreduktion, schattenhafte Vitalität und schattenhafte Verstärkung, weil die sich gegenseitig hochstecken und wir dadurch gleichzeitig einen schönen Gesundheitspool haben und auch eine nette Menge an Stärke, die ausreicht, damit wir hier auf 75% Slow oder Speed kommen. Arcana Beschützer, damit wir 900 mehr Rüstung haben und Arcana Sägen, damit wir mehr Gesundheit haben. Und das Schöne ist, wir gehen ja diesmal nicht über Arcana Unmuth, was ein Heal ist, sondern wir gehen über den Kumei Heal und ich muss sagen, das funktioniert sehr, sehr gut. Der zweite Bild ist jetzt darauf ausgelegt, dass wir das Ganze nur als Slow spielen, ist sehr ähnlich von der Spielweise, hat aber jetzt zur Folge, dass wir halt Gegner töten, die geslowed sind, was bedeutet, wir können Gesundheitsumwandlungen verwenden, wodurch wir mehr Rüstung bekommen und hierdurch können wir dann zum Beispiel Arcana Unmuth verwenden. Wir haben auch mehr Rüstung als mit dem anderen Bild, sind ein bisschen tankiger, aber wie gesagt, ist alles Geschmackssache. Ich habe es ja schon gesagt, Rhino-Brillen-Kumei-Fähigkeiten sind beide optional. Ihr könnt auch was ganz anderes reinmachen, also ihr könntet zum Beispiel auch mit Grendel spielen, ihr könntet mit Protea spielen, ihr könnt da reinmachen, was ihr wollt, aber das sind einfach zwei Fähigkeiten, die ich an der Stelle besonders schön fand. Bei meinem Shieldgate-Bild, habe ich ja schon gesagt, würde ich euch eigentlich nur mit dem Racta Dunkeldolch empfehlen und auch hier habe ich wieder ätzende Projektionen drin, Prime-Trittsicher, dazu Prime-Kontinuität in Kombination mit Engstirnig, rollender Schutz als, sagen wir, Panikknopf oder als Akolytenknopf. Jetzt wird es spannend, Arcon-Ausdehnung, überdehnt und Augur-Reichweite, damit wir hier ein Explosionsradius von 19,9 Metern haben und jetzt werdet ihr schon merken, Moment, im ersten und zweiten Bild hatte ich ja gar keine Reichweite drin. Ja, hier habe ich nur einen Explosionsradius von 3,4 Metern. Das bedeutet, wenn ihr den Slow- oder Speed-Bild, also die EHP-Bilds, als Nuke-Bild verwenden wollt, solltet ihr etwas mehr Reichweite reinmachen. Was bedeutet, ihr könntet, jetzt nur mal als kleines Beispiel, auf Prime-Fluss verzichten, auf molekulare Spaltung verzichten und auf Konstitution verzichten oder ich persönlich würde Konstitution drin lassen und dann eher auf die anderen beiden verzichten. Und dafür dann auf Reichweite gehen. Das würde dann zum Beispiel so aussehen und da hätten wir hier einen Explosionsradius von 10,9 Metern. Nur so als kleines Beispiel. Aber das ist natürlich euch überlassen und ich habe euch ja gezeigt, was ihr da alles machen könnt. So, dann hätte ich jetzt präzise Verstärkung drin, damit ich hier auf meine 73 Prozent schneller oder langsamer komme, was in Kombination mit Wechselerweiterung direkt bei dem Cap von 75 Prozent ist. Primed Umlenkung habe ich drin, damit ich einen höheren Schildpool habe. Was bedeutet, ich habe ein Shieldgate von 2,4 Sekunden und über meinen Dunkeldolch beziehungsweise über meinen Begleiter, hätte ich den dann auch immer wieder voll aufgeladen, weil schauen wir uns gerade mal die Begleiter an, die haben Beschützer drin. Das bewirkt, dass wenn wir keine Schilder hätten, unsere Schilde wieder hergestellt werden und in Kombination mit vielfältiger Bindung wird die Cooldown-Zeit vom Beschützer reduziert. Was bedeutet, im Endeffekt ist Beschützer eigentlich eigentlich immer ready, wenn wir es bräuchten. Und ich habe ja schon gesagt, wenn es mal nicht aktiv ist, haben wir immer noch den Dunkeldolch oder unseren rollenden Schutz als Panikknopf. Als letztes habe ich dann hier noch Arcana Heap drin, damit ich mehr Attack Speed auf meine Nahkampfwaffe bekomme und das Ganze ist ja darauf ausgelegt, dass wir es mit dem Dunkeldolch spielen. Ansonsten könnte man auch überlegen, hier Arcana Furie, ähm, was habe ich drin? Arcana Heap habe ich schon drin, genau, Arcana Furie reinzumachen, dadurch mehr Damage auf meine Nahkampfwaffe bekomme und anstelle von der Arcon Scherbe mit Fähigkeiten Dauer hier eine Stärke Scherbe reinmache. Dadurch wäre ich dann auch direkt standardmäßig schon bei meinen 75% Slow oder Speed, aber mehr Stärke ist eher ein Vorteil, weil dadurch, ähm, macht unser Xatars Flüstern mehr Bonusschaden, was bedeutet, unser Nuke ist besser. Naja, ist euch überlassen. Ansonsten hätte ich hier für euch noch diesen anderen 1er Nuke-Bild, den ich erwähnt habe, der ist jetzt hier nicht voll ausgereift, aber falls es euch interessiert und falls ihr damit rumspielen wollt, könnt ihr es mal versuchen. Also, Crandall Nährenbuff ist drin, damit 0 Stern auch Virusprox macht. Im Endeffekt haben wir die Gegner mit molekularer Sättigung geprimed, was bedeutet, die bekommen mehr Schaden. Unser Nullsternprox dann Explosion, Hitze und Virus, was bedeutet, alleine damit haben wir schon drei Statuseffekte auf den Gegnern und können darüber unsere Schilde wiederherstellen, über den Begleiter. Und im Endeffekt können wir damit durch das Neutronenstern-Augment einigermaßen charmanten Schaden machen, aber mir persönlich hat es jetzt nicht wirklich zugesagt, weshalb ich das auch eher verwerfen würde. Alles in allem, ist Nova ein wirklich verdammt guter Frame, ist ein Hyper-Tank, ist ein Shield-Gate-Frame, ist ein Support-Frame, ist theoretisch ein Nuke-Frame und was will man mehr. Und dadurch, dass wir jetzt fließend wechseln können zwischen Slow und Speed, sind wir auch wirklich in den Missionen flexibel. Also sagen wir mal, das Team bekommt Probleme, die Verbündeten fallen um, dann slown wir mal kurz die Gegner, können die Verbündeten reviven oder auch wieder ein bisschen Ordnung auf der Map schaffen und danach wieder die Gegner speeden, wenn es wieder rund läuft. Also wirklich ein sehr schönes Rework oder Change. Gut, gehen wir jetzt noch ganz kurz auf den Dunkeldolch ein, den ich hier habe. Also Berserker-Raserei habe ich drin für mehr Attack-Speed, Zustandsüberladung für mehr Damage, nessende Wunde, damit ich mehr Status-Chance habe, ganz wichtig für Nahkampfeinfluss, Prime-3-Schweite, damit ich die Gegner in einer großen Entfernung treffe, dann ein peinigen Mod, damit der mehrfach angerechnet wird, weil der wird über Xarthas Einfluss eingerechnet, der wird, glaube ich, über das Nullstern eingerechnet und durch die Waffe selbst, weshalb er dreimal in den Damage mit einfließt und ein massiver Damage-Multiplikator ist. Aber auch auf den können wir mittlerweile fast verzichten, beziehungsweise dadurch, dass die Gegner weniger Rüstung haben, können wir hier auch andere Damage-Mods reinmachen, aber das ist an der Stelle leider die beste Wahl. Ich hasse diese Mods eigentlich, aber bei dieser Spielweise, naja, sie sind einfach zu gut. Aber ich habe es schon erwähnt, ich habe das Ganze auch schon mit anderen Waffen versucht, also zum Beispiel mit dem I-Core und dem Incanon-Modus, hat auch gut funktioniert und da habe ich gar keinen Bane-Mod drin. Also im Endeffekt könnt ihr es weglassen, aber wie gesagt, die Dinger sind halt unglaublich stark. Bösartiger Frost, vulkanische Schneide, damit wir hier, ähm, jetzt muss ich selbst überlegen, Explosionsschaden machen, weil ihr wisst es vielleicht noch, Explosion hat ja auch ein Rework bekommen und dadurch, dass wir jetzt über Nahkampfeinfluss die ganzen Statuseffekte auf die Gegner bekommen, können wir auch Unmengen von Explosionseffekten auf die Gegner bekommen und das ist jetzt hier die beste Wahl. Ich habe leider kein vulkanische Schneide auf Stufe 0. Leider. Blöd gelaufen. Werde ich mir auch noch organisieren, aber, naja. Als letztes haben wir dann auch noch Schockberührung. Dadurch haben wir dann Elektro-Schaden. Elektro ist hier auch unser höchster Schaden. Was bedeutet, das progt mit der höchsten Wahrscheinlichkeit. Was bedeutet, wir haben sehr gute Chancen, schnell unseren Nahkampfeinfluss auszulösen. Wie gesagt, vulkanische Schneide auf Stufe 0 würde ich euch auch noch empfehlen, aber ich selbst habe es nicht und muss es mir halt auch noch kaufen. Gut. Ansonsten kann ich euch für den Shieldgate-Build halt einen mechanischen Begleiter empfehlen. Wie gesagt, mit Beschützer und ansonsten seid ihr hier wirklich flexibel. Ihr könnt an Waffen spielen, was ihr wollt, ihr könnt an Begleiter spielen, was ihr wollt, ihr könnt an Helmen-Fähigkeiten reinmachen, was ihr wollt. Im Endeffekt könnt ihr den Frame als Support oder als Nuke spielen und naja, was will man mehr. Das ist mal wirklich Flexibilität, die meiner Meinung nach auch Spaß macht. Ich hoffe, ich konnte euch hiermit helfen. Falls ja, lasst mir doch ein Abo und ein Like da und bis zum nächsten Mal.